Musik Heute lernen wir, warum der Beruf des Zahnarztes so interessant und spannend ist. Hallo! Was? Sie brauchen mich für einen schwierigen Fall? Ich bin auf dem Weg! Musik Finde den Patienten mit einem Termin für diesen Zeitpunkt. Okay, wir brauchen diese Instrumente für die Arbeit. Musik Beginnen wir mit der Behandlung. Diese Zähne sind schmutzig. Sie müssen gereinigt werden. Musik Gut, wir haben es geschafft. Dieser Patient hat einen schlechten Atem. Verwende Fruchtspray. Musik Gut, wir haben es geschafft. Geben wir zuerst eine Spritze mit Schmerzmittel. Musik Gut, wir haben es geschafft. Entferne faule Zähne. Musik Gut, wir haben es geschafft. Wähle die Prothese der richtigen Farbe, Größe und Form. Musik Gut, wir haben es geschafft. Musik Lass dir Zeit. Lasse uns zusammenfassen. Du hast folgende Dienstleistungen erhalten. Hier ist deine Rechnung. Aber es ist zu viel. Nutze das nächste Mal die Hinweise deines Arztes. Es kann helfen, Geld zu sparen. Wähle Lebensmittel, die für deine Zähne nützlich sind. Tippe auf die Objekte. Musik 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 Wir haben es geschafft. Musik 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 Musik